Als Fotograf hinterfragst du deine Arbeit eigentlich immer und du guckst oft zu viel nach rechts und links, anstatt dich einfach auf das zu konzentrieren, was du selber gut findest. Ich fotografiere viel analog, weil die Bilder dadurch für mich einfach eine größere Wertigkeit bekommen. Ein Foto im Bewusstsein zu machen, dass du nur 10 Bilder mit einem Film machen kannst, lässt dich einfach komplett anders fotografieren. Wenn ich im Stadion Bilder mache, konzentriere ich mich nicht so sehr darauf, jeden Torschuss oder jede Szene zu fotografieren. Es geht mir mehr um die kleinen Geschichten, die man vielleicht gar nicht so mitbekommen würde, wenn man nur die Übertragung schaut. Momente, die die Emotionen für die Ewigkeit speichern und immer wiederkehren lassen. Mein Name ist Max Galles und das ist meine Art zu fotografieren.